Vielseitigkeit. Mein Job ist extrem vielseitig. Vom Studenten bis zum KM-Betrieb habe ich viele verschiedene Themen, die ich beraten kann und die Kunden darauf betreuen. Voilà, für mich ist es die Diversität. Wir sagen, dass es jeden Tag anders ist. Am Morgen bis am Abend habe ich verschiedene Kunden. Und das macht meine Diversität sehr diversifiziert. Es bleibt immer spannend, auch nach 25 Jahren.